Ja, der zweitplatzierte bei den Zertifikate Awards 2017 ist nun bei mir Steffen Bauer von der LBBW. Schön, dass Sie da sind und herzlichen Glückwunsch. Sie haben ja voll abgeräumt heute auch. Die Jury hat gesagt, dass Sie sich vor allen Dingen auch durch ein umfassendes Angebot und hohe Vielfalt ausgezeichnet haben. Schönen guten Abend. Ja, das stimmt. Wir bieten natürlich eine ganz breite Brutpalette an. Das heißt, wir haben nicht nur Aktienleihen, sondern auch Express-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, viele in der Facette bei uns. Uns zeichnet sicherlich auch immer wieder aus, dass wir auch versuchen, konservative Produkte gerade für Anleger hinzugeben, die vielleicht nicht direkt in den Aktienmarkt bisher Berührungspunkte hatten, sondern sich einfach auch da erstmal rantasten möchten. Da sind Sie einfach bei uns an einer guten Adresse. Das heißt, konservative Produkte, dass die Anleger den Weg zu den Zertifikaten auch erstmal finden? Genau, das ist richtig. Also auch das macht uns, glaube ich, in vielen Produkten einfach so richtig stark. Dass wir einfach Produkte in breiter Ausgestaltung hinstellen können und auch mit tiefen Barrieren, das heißt mit entsprechend hohen Sicherheitspuffern darstellen können. Was hören Sie denn, was ist am gefragtesten? Ist es mehr die Sicherheit oder vielleicht das Risiko letztendlich dann doch aber auch, um Gewinne zu machen? Also man muss schon sagen, unsere Anleger, die sind doch eher auf der Sicherheitsschiene unterwegs. Einfach weil wir die Kunden haben, die in der direkten Anlageberatung sind. Das heißt, die vielleicht noch nicht so richtig viel Erfahrung am Ort gesammelt haben. Da ist schon der Punkt, dass man sagt, sie möchten eine gewisse Rendite sehen. Aber doch, der Sicherheitspuffer ein bisschen überwiegt. Jetzt zweiter Platz 2017. Wo geht es dann 2018 hin? Ja, wir hoffen natürlich weiter nach vorne. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir 2015 schon mal den ersten Platz abräumen konnten. Ich glaube, es ist einfach gut, unter den nächsten 30 etablieren zu können. Damit sind wir vollkommen zufrieden. Steffen Bauer von der LBBW, danke Ihnen und herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.